hallo und willkommen zu einer neuen folge let's play slime ranger ja wir haben letztens festgestellt dass unsere blauen wie man auch sehen können leider sehr viel ich weiß tut mir leid leute ich habe die richtige frucht nicht mehr da gehabt die besorgen aber gleich ja das ist wir schauen auch mal ob wir uns schon geld machen können ihr seid aber wir haben ja das ist das ich jeweils kann euch kann ich ja nichts geben Eigentlich schade, dass der Bug noch da ist. Während ihr fresst, schaue ich mal hier rein. Solange die nicht unten liegen, nehme ich die jetzt auch nicht mit. Ah, ihr habt euch schon fokussiert. So, wir haben ja neue Ausrüstung im Inventar, die wir aber uns erst noch besorgen müssen. Deswegen hoffe ich, dass jetzt ein bisschen Geld runter bleibt. Oh ja, das ist nicht was. Ah, jetzt sehe ich, dass man die Frauen unten liegen. Das sind die Slams, die ich noch gar nicht gefunden habe. Aber mit 2500 kommen wir auch erst ein Stückchen weiter. So. Dankeschön. Auf die Müdersee. Da können wir jetzt die Felder hier hinten ein bisschen ausbauen. Und vielleicht noch ein paar Items kaufen. Upgrades. Ach, ist das schon verrückt. Okay. Ich weiß leider aus dem Kopf schon nicht mehr, welche ich verbessert habe. Den wohl schon. Das fehlt mir. Oh, hier können wir auch noch einiges. Ihr wollt mir ja nichts böses, ich weiß, dass es eure Nachfolge ist. Es ist seltsam nur, dass es sich für eine grüne Praktik verhindert wird. Also kein Flood. Vielleicht gibt es nicht nur so spättern. Wir haben mal x-mal für die Feinerteilung geschrieben, wenn wir sie selber fütteln. Okay. Okay, ein bisschen Knallblut. Aber wenigstens alles ausgebaut. So. Wir haben doch unsere Investition quasi rein. So, was können wir uns denn jetzt noch schönes kaufen? Mal schauen. Okay, ich hätte gedacht, es wäre mehr dazu gekommen. Führt zur Speicherung? Bin ich dabei. Ja, bin ich auch. HP auch. Okay. So machen wir es in die Kristallhöhle. Das soll schon mal woanders landen. Da können wir die Herzrüben finden. Da ist es auch schon. Hey, und diesmal bin ich nicht vorbei gerannt. Hi. Okay. So. So. Aber da ist für sie vor ein Radiatrise wird ich auch gelingen. So. Sehr sehr groß. Und völlig ungehalt natürlich. Ja, dich würde ich gerne füttern, aber da brauche ich deutlich mehr Füttern. Dann könnten wir uns nämlich, wir entstehen hier nämlich, der den Schlüssel droppt, was aufmachen. Okay, wir waren jetzt vor Ort dabei, aber wir können euch einfach loswerden. Zack, doppelt zack. So, nix ist da. Ja, wenn ich jemand da bin. Ja, ich würde jetzt nicht stecken. Stimmt, ich könnte eigentlich auch mal wieder Wasser tanken. Ich glaube, die Pfeil mir eben so. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Lass mich in Frieden, ich möchte euch nichts zu tun haben. Ah, und auch ein Herzrübel. Ja, wen fütter ich zuerst? Ich nehme jetzt halt dich. Enttäusch mich doch bitte nicht. Hey, neuer JetPay, cool. Hey, neuer JetPay, cool. Ich fürchte keine Strahlenkrankheit. Außer möchten leben. Das ist ein einziger Spischenchart von der Slime Ranger, der so mehr oder weniger alles erkundet hat. Ähm, ich weiß noch genau, was einer erwartet. Oh, die habe ich gerade schon gebraucht. Ja. Ich meine, es ist trotzdem eine wunderschöne Abwechslung zu einem Allgemeinfahrmungspiel. Einfach, weil es so schön verrückt ist. Oh. Und mit den neuen Updates sind ja auch gute Inhalte dazugekommen. So ist ja auch gut. Okay, da kommt jetzt mal nach vorne. Können wir eigentlich auch machen. Wenn wir denn schon mal hier sind. Oh, krass, hier mal. Okay. Ja, das hat natürlich mal viel nachgewachsen, aber das hat mich jetzt auch eher gewundert bei der kurzen Zeit. Hier, wir brauchen Herzbeginal. So, ich versuche jetzt mal eine zur Seite zu lösen. Oh, das kratzt. Na. Sind wir nicht geizig. So. Gehen wir dann zur Freikriege. Oh. 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 Ich vermisse das jetzt reinfuttert. Okay, macht das schon? Cool. Synchron explodieren. Muss man auch erstmal fachen. Oh, er hat verzählt. Jetzt noch mal Höhe und Mikkel. Sehr schön. Das sind hier oben sogar noch ein paar Sachen. Müse wieder frei. Ne, dass du dir die Vorrat gelegt habt. Echt, ich komme jetzt nur Möhren? Ne, eine Zwiebel. Kein Wunder, dass es verzwickte Zwiebel heißt. So, dann versuchen wir halt mal hier in die Musik abzubringen. Ohne Lieblingsfutter dauert zwar länger, aber geht ja trotzdem. Den. Oh, der ist nicht nur geflochten, wenn wir es jetzt schon im Moment waren. Aber dann gehe ich doch nicht mehr so. Ja, heutiges Ziel würde ich mal sagen, den großen Godo-Slime zum Platzen bringen. Und hoffen, dass er einen Stussel droppt. So. Und natürlich unterwegs alles an Gemüse mitnehmen, was man so finden kann. Erstmal brauch ich jetzt erst mich. So, machen wir das mal hier leider. Ja, bis später. Schön, dass bei denen komme ich am ehesten vorbei. Das heißt, ich kann ihn auch nicht so gut vergessen. Oh, ich habe das glaube ich genügend. So, weiter geht's. Hey. Nö, warte. Na, dann können wir die Gerechen lassen. Um das Wasser aufzusaugen. Okay. So, nicht in den Kiko kommen. Ich brauche es für das Shade-Pack. Ah, nee. Hopse. So. Ah. Dann haben wir jetzt das Lott aufgelacht. Guck mal weg. So, mal sehen, ob ich noch zufrieden bin. ja du willst gut gehen wir dir am besten mit einem herz so und dann ja na gut da habe ich mich natürlich für eine falsche entschieden was kommt wenn man nicht hier ist immer noch hier ich muss mir das noch zurecht finden ist das ein neues neubereich dieses gebiet ist fragt mir das kann ich mich zu fehlen kommt aber alles auch nicht auch nicht ich sehe das problem so jetzt bin ich endgültig verwirrt das ist auch toll hier da ist die teleport wo wir angefangen haben na gut nehmen wir die notiz quasi mit dann erstmal wieder zurück ich hab gedacht er wird mich vielleicht zurück aber ne 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 na gut dann nehmen wir halt den hier komischen weg ach wir sind ok die ok ok verzögte zwiebel zu kommen ist eher schwer also dann bringt er die zwiebel doppelt nehmen wir also die lieber nicht die zwiebeln ja ja ihr seid alle die zwiebeln raus ja das ist ja ja und wir sind weg bloß ein bäunchen ist das die höhle mit dem clown ich glaube schon hier gucken wir mal wie gleich mal bei dir jetzt kommen dürfte auch nicht ganz reichen aber knapp ne komm wieder den gucken wir uns auch noch so jetzt müssen wir aber erstmal den weg zurück nehmen den weg zurück zu mich ja leider immer ja nein wohl da muss ich auch im kreis gehen auf die einsaten ich könnte ihn auch wieder nehmen das sieht jetzt eine gute ausrede dafür zu sein das schon nicht gerade Spaß ich wollte ihn doch nur kippen ha ha ausgemischt ok ausmauer gekriegt ich habe gedacht das würde jetzt wirklich reichen so irgendwo dann ja das wirklich Spaß oh mein schlau ich hänge mich ja nur zeitlich ab okay ich kann doch auch noch nach wenn das kann aber ich habe zweit erinnert ist aber keinen maßgeblichen Unterschied ja ich könnte zwar den weg jetzt gehen so kein jetpack du bist einer du hast ok das kann ich so So, der Weg war doch glaub ich besser gewesen. So, und das könnte auch unsere Heimbeam sein. Könnte. Ist es nicht. Ah, okay. Geht doch. Das Portrait Ashton auch nicht mehr. Auch ein Teleporter. Okay. Dann müssen wir jetzt mit Datenbahn und wo ich den nächsten Schlüssel herbekommen. Okay, wo hat er uns denn teleportiert? Sehr viel weiter, sehr viel breiter, sehr viel Höhe. Ach. Ein Löschgründer. Hallo Freunde. Hier ist das zwar nicht, aber... weil wir es alle nicht brauchen. Okay, da haben wir die zwei Gordes zwar gestrachtet, aber... ich würde quasi nichts dafür bekommen. ... 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